Ja Leute, ich denke auch ihr habt euch schon die absolut existenzielle Frage gestellt, welche Crackling Peitsche eigentlich die beste ist. Ich habe dafür hier diesen hochtechnisierten Aufbau gemacht. Es gibt einmal eine Crackling Peitsche von Leslie, Crackling Carpet, hier auf der linken Seite zu sehen. Dann gibt es zwei Vulkan Produkte, nämlich einmal die Magic Whip in der Mitte und den Cracker Jack auch von Vulkan. Und wir zünden die jetzt alle drei und schauen mal, welche Peitsche am schönsten crackelt. Jetzt habe ich erstmal die Streichhölzer ausgeschüttet, bravo. Das Ganze wird gezündet mit diesen Europa-Streichhölzern. Also Crackling Carpet von Leslie. Dann geht es weiter mit der Magic Whip von Vulkan. Und Cracker Jack von Vulkan. Ja, also da sieht man, dass es doch erhebliche Unterschiede gibt in der Qualität. Nein, ganz im Ernst, ich glaube der Crackling Carpet ist hier am besten von Leslie, die anderen Dinge aber auch schön. Ja, also da sieht man, dass es doch erhebliche Unterschiede gibt. Ja, also da sieht man, dass es doch erhebliche Unterschiede gibt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017